Aboa, ich lebe Sylar ist der Ortweger hier zum folgenden Anfang Karotten-Kerie Herzlich willkommen zurück zu Ragecraft bla bla Somiga bla bla Warte mal, ich weiß ehrlich gesagt von hier hinten was ist, was ich finde Wo geht dahin der Sylar? In die komplette andere Richtung wie Ewigkeit Sag ich dir einfach mal Sylar hinterher Weil der Sylar ist der Pro Der Pro auf CTN, Alter, ich werd voll zerstehen Der Pro Wo seid ihr jetzt hin? So ein Creeper-Spawner hier Ach, da ist der hinten, ok Hier hinten ist dort Sehr gut Finde ich irgendwie gut, dass auf dem Holy Water auch Oder war da Smite drauf? Ich glaube schon Ja, Smite 2 Krass So Holy Water OP Also so ein bisschen kenne ich mich genau aus Auf jeden Fall gucken wir beide die gleichen Glöcke abbauen Ja, ich hab mit Effizienz Ja und? Bei mir geht's schneller Trotzdem wird's noch schneller gehen, wenn jeder einen anderen Block abbaut Nein Doch dann wär's ne Summe schneller Nein, unlogisch Doch dann wär's ne Summe schneller Unlogisch Nein, ich akzeptiere das nicht, nein Das ist zwar Mathematik, die dein Gehördüber steigt, aber es ist logisch Ah nee, der kommt schon wieder mit Mathe schön also es gibt noch zwei stellen mehr oder weniger die ich so ein bisschen kenne von der map weiter ich nicht mehr weiter das haben wir dieses große gebäude und dann was da ganz hinten über diesen zwei riesigen sollen noch so abgeht da kenne ich mich auch mal aus dem ich gerendert ist sehr gut dass wir wollen auch wieder nichts glaube ich andererseits beweis na gut du hast recht wir wollen sehr viel kohle aber war hier schon eine dritte ist ein strecke 1 bogen alles klar will ja mit normalen bogen haben ja bitte ich hab schon noch mal habe ich nicht gar nicht um mein gott ich bin arm ich habe ich habe ich habe kein bogen aber doch als ich habe ich habe doch ein bogen ja ich hab den bogen so dringelassen und keiner nimmt man sich und ich denke so ja und keiner das will mich haben der schweißer trägt rum ich wollte das nicht also wie macht kann ich mir den sporn abworn lassen schwindeln ich weiß gar nicht was alle anspielen so so schlimm sind nicht für die nicht schlimm so gut ja wenn sie irgendwann schaden machen dann schon falls sie mal schaden machen dicker helm und wie dick ist er denn kettenmäßig 3 cm alu oder was ja das ist ja ja das sind ein paar mehr spinnen hier ich höre doch Spaß mit spinnen ja die sind alter schon wieder eine bdf wie viele wie viele für euch spinnen kam jetzt hier da oben sind Spawner da oben sind zwei Spawner da oben sind zwei Spawner die sind ja genau so zwei Spawner wir können ja auch links rum außen rum gehen warum stirbt diese Spinne nicht aber egal mann ok gut ich bin ein Korschlager ja gleich gleich Mama das war für mich eine Aufforderung also für mich selbst so wo seid ihr ok oh Gott wieso sind die zwei alles klar alles klar ich geh schon raus ich geh schon wieder raus war schön ich dachte ich wollte den Kapitel nein ok dann halt nicht nein blöder Zombie jetzt brauche ich hinter den Zombie nur hinter den Zombie nur hinter den Zombie nur hinter den Zombie nur da stecken jetzt zwei Creeper drin ist das schön die chillen da so ein bisschen ne ja genau bei Herzen perfekt gehen wir wieder rein ähm kann ich den mit dem da irgendwie ich glaub nicht ja da ist äh da ist tatsächlich ein Spider-Hockey haha aufhören Vampir aufhören Vampir aufhören Vampir aufhören Vampir ne ich muss was essen sonst sterbe ich noch ich auch gleich ist das Essen auch ne ich hatte noch ein bisschen Brot warum warum sind das hab die Spawner zerstört ne hab die nicht ok nein ah Vampir sehr gut Creeper Hilfe wo seid ihr denn im Creeper wir sind oben bei den wo die Spinnen spawnen Alter macht ihr dafür nicht sehr gut ich bin in diesem komischen Tempel drin wieso bist du einfach in den Tempel reingegangen der Tempel ist tot warum ist er tot nein weil der tot die Sterben hatte sagens mal so im Syncplayer hat er mich mal umgebracht Gott der hat dich umgebracht krass ja der Tempel ganz allein hat Bausteine auf mich fallen lassen hat zumindest versucht Alter was für ein unfairer Typ ich brauch essen dann isst was mein Gott der ist ja unsichtbar der ist ja unsichtbar ich hab nen Rotten Flash meine Tag ist schon wieder voll mit Müll da ist immer ne Truhe gewesen warte mal ich dachte hier meine Truhe lass uns hier eine große Runde veranstalten große Runde mit einem Creeper mit einem Creeper mit einem brennenden Creeper ja dann wird es halt ne ne noch größere Runde mit 4 Personen Runde wir müssen ihn anzünden au angezündet ja so alter und ab die Post ok Leute warum war da ein Schweinespawner was keine Ahnung das hat sich grad im der Skelethspawner hat sich ein äh Schweinespawner umgewandelt ja das machen Spawner gerne mal normal echt jetzt? wo seid ihr lang? links ich bin links ich bin links ok links ist der finale Weg na dann so hier ist ein Smarag drin ja und essen ich hab keine Spawner äh äh keine Fackeln mehr das ist ein bisschen kack hier ist krass ja wir hätten noch ein bisschen Kohle abbauen sollen lass das keine Spawner mehr ich hab noch Kohle sowas ne ich hab keine Spawner mehr ich hab auch aber 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 man sieht wie schnell man hier das verbraucht so ist hier jetzt noch irgendwas Inventar leeren Inventar noch mehr leeren sieht nicht so aus er wollte erstmal den Boden ab ja ich wollte nachschauen ob da vielleicht noch eine Küste ist oder so weil da ist ein so krass versteckt tut das man mal nicht aber ok fuck das was war ich hier drüben wo drüben auf der rechten Seite ach der Tod okay der Tod der ist hier generell der ist hier ziemlich oft unterwegs der Tod ja alter das war ne das war ne Ninja Spyder äh ok der Skeleit versinkt da herzlichen Glück und Skeleit nein 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 oooohh komm schon was denn los? nein was machst du? nein ich bin da versunken da war äh ja egal also wenn du mit deinem Creeper hier versinkst ich möchte nicht mehr darüber reden oh man ich wäre fast bei dem Creepers wenn ich das Zombie reingeschubst hätte fast fast nur fast und der versinkt lass uns alle Monster versenken alle Monster ich jetzt versenkt die Monster versenkt das ja das neue Spiel er baut die Fackeln aber wieder ab die ich da hinsetze Fackeln sparen Fackeln sparen Fackeln sparen sofort ok was geht da keine Fackeln setzen Fackeln sparen nein Fackeln setzen Fackeln sparen wir brauchen die Fackeln Spawner 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 wie war es denn Spawner wenn du Fackeln sparen willst dann können wir später wieder welche mitnehmen Spawner 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 Eier wir brauchen Eier nein wir brauchen Eier Spawner Spawner ab wo geht das dann jetzt hier nochmal lang eh links und dann rechts und dann noch ich dachte zuerst links hab ich gesagt links ich bin da ich mein ich dachte zuerst rechts achja hier gehts Richtung Tod ok jetzt oh Gott der kommt wieder so Dann hier war es rechts Ich würde mich gerne ausrüsten Ich würde mich auch gerne mal ausrüsten Aber ich glaube da sind so viele Sachen zerstört explodiert Zum Beispiel mit Schwerte Nö, okay, da sind noch jede Menge Sachen von mir Das ist eigentlich größer als der Blätter Da sind auch noch ganz viele andere Sachen Woah, what the fuck Der Tod Der Tod Ja, da unten sind ganz viele tolle Sachen Aber mit Schwert ist da unten glaub ich trotzdem nicht, weil da größer als deine Sachen sind Ich bin jetzt hier unten Was schlecht ist, weil ich jetzt kein Schwert mehr habe Aber ich hätte zwei Eisen, äh, vier Eisen Oh Gott Ich hab grad gedacht, da ist von ihm Oh Gott, ich hab mich selbst gewissert Herzlichen Glückwunsch Noch zwei Leben, ich muss ihn weg Alter, es regnet ein Creeper Viel Spaß da unten noch Fickt euch Ich hab leider kein Schwert, ich kann nichts tun Hilfe Oh Gott, hilf mir Ich hab nur zwei Leben Was soll ich jetzt tun, Alter Das heilt Ach Nein Schau mal wer da kommt, da kommt seine besuchen Ich heil uns, ich heil uns Ja, sehr gut Alter Vater, was ist hier los Was ist überhaupt? Alter, da unten ist natürlich schlecht für dich Ich chill hier noch so ein bisschen Ah ja, ich schick dir immer wieder ein paar Mops runter, ne? Ich bin ganz nett Ja, ich schritte Ich schritte Okay, jetzt ist jetzt super safe hier Hat ihr mir doch ein Schwert zufällig irgendwie? Ja, klar Ich hab jede Menge Ich kann mal hoch Ihr würd Oh, warum ist hier noch ein Creeper Spanner? Vielen Dank, ich hab nur eine Fackel Irgendwie schlecht, naja Upsa Oh, guck mal, der hat das von an Hallo Leute Die schnetz mal irgendwo Okay, langsam, langsam sind wir reingekommen Langsam fängt es an Spaß zu behaupten Langsam los Hat der noch eine Spitzhacke für mich? Spitzhacke? Ich hab ja Schmeiß sie nicht da runter Nein, hier Herzlichen Glückwunsch, hast du sie untergeschmissen Hast du eine Spitzhacke? Nee, ehrlich gesagt nicht Dann hol dir diese scheiß Spitzhacke, die da unten ist Ja, so tot ist das eben an dem Vordergrund auch nicht Ach, einer von euch hatte die Creeper Spanner noch, weiß ich Äh, Creeper-Eier mein ich Ja, ich hatte Creeper-Eier Die waren da unten, ja Die waren da unten, na gut Sehr gut Ähm, wenn wir uns rechts halten Wow Als Gruppe unterwegs sind Dann können wir ganz schnell die Wolle schnappen Und wieder verpissen von ihnen Übergespawnt Okay Sehr gut, los geht's, guter Plan Hier ist die Wolle drin, aha Ja Sonst würden wir wahrscheinlich auch nicht runtergehen Sonst würde ich auch nicht runtergehen, ne Das ist einfach nur tot So sieht's nämlich aus Ich komme Vorne ist sie die Wolle, schnapp sie dir, Peter Schnapp sie dir, Peter Schnapp sie hier Alter, oh Gott Ich hab eine weiße Wolle, ich hab eine weiße Wolle Okay, raus hier, eine reicht uns Oh Gott, hier geht alles in die Luft Wie geil ist die Luft Ja, das ist eigentlich ganz gut Weil dann ist der Weg wenigstens frei Und nicht mit Neta Sand Hinten gab's noch Seelen Sand aber egal Seelen Sand, sorry Ich bin kein Minecraft Profi Da war zwar noch eine Truhe, die was ziemlich gut ist Aber die ist in der volle drin Deswegen würden die besser mal auslassen Ja, das wollte ich mal aus Ähm Eine Sache noch Ja Die habe ich schon die Truhe unten gekratzt Nein, das nicht Okay, Goldapfel Danke Ja, bitte Ich würde jetzt meinen Kimi da raus achten, kannst du sagen Alles klar, gut, dann habe ich die zweite Wolle Da hinten, okay Mein Schwertes Team Hey, da die weiße Wolle Da 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 ist die Rüden kaputt gegangen Hier geht's noch weiter, aber wollen wir da hin, wollen wir nicht Ähm, links geradeaus den Weg würde ich eigentlich noch gehen, der ist jetzt nicht so schlimm Und da war glaube ich noch irgendeine Truhe, ich weiß nicht was drin war Links geradeaus, alles klar Links geradeaus, genau Ein von uns aus links, aber eigentlich geradeaus So, und etwa das Okay Uah, komm, ich spinne ja Naja, ich wette, der ist irgendwo ein Spin-Spawner Naja, eigentlich nicht Buff Buff Oder doch, tatsächlich da oben ist ein Spin-Spawner Ah, ich wusste es doch Nein, ich bin Vielleicht sollten wir erstmal den Creeper-Spawner ausschalten Hey, Fackeln sparen Fackeln sparen Ja gut, dann mache ich da unten neben kein Fackeln hin Ähm Potion of Night Vision Ich verstecke mich mal auf der Seite, wo die Spinnen mich nicht empfehlen Alles klar, der unten ist noch ein bisschen tot Ja, gut Ja, gehen wir mal von dem Tod weg Dann können wir hier raus Fertig Fertig Ja Boah, ich spinne so fettig hier gerade Also im Tempel hat uns der Tod erwartet, das stimmt Vollkommen richtig, war die Aussage Sehr gut, und dann können wir auch gleich, äh Das dann Ja, genau 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 Also wir haben in der Folge sehr viel erfolgreich gemacht Ich glaube, jetzt haben wir es warm gespielt Jetzt, 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 jetzt Es ist los Jetzt, ähm Ab jetzt werden die Folgen spannend Jetzt sind wir alle warm Und, 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 ja Ne? Tyler, bist du warm? Komm rein Ne, total warm, ey Hot, einfach nur total hot Ja, bis zur nächsten Folge Tschüss Bis zur nächsten Folge, tschüss Ciao Tschüss 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 Tschüss